Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Genesis 2. Ich habe meinen Hut übrigens versteckt. Das war wichtig. Sieht zwar kacke aus, aber bald haben wir bestimmt eine schicke Frisur. Ganz bestimmt. Wir haben hier unsere sieben Foundations. Ich habe in der Zwischenzeit noch einmal die CKF Remastered installiert. Gucken, wo ist sie denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Die müsste ja schon ab der 20 losgehen, oder? CKFR heißt die, glaube ich. Ach, die geht auch erst ab 42. Nee, das kann ja nicht sein. Wir haben hier den Villager-Table. Den Zettler-Table. CKFR, CKF Doppelpunkt, SF, ist die Science Fiction. Das ist ja, das ist ja spannend. Gut, dann müsste ich jetzt hier wahrscheinlich eingeben, Villager erst mal. Wo sind denn die ganzen Bauteile? Hä? Leute, something is wrong. Warum sind die nicht hier? Ich kann, oder habe ich die alle direkt in dem Villager? Ich mache mal jetzt eine Sache ganz kurz. Ich muss das mal kurz testen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Merkt man, glaube ich, kaum. Steine. Gib mir Steine. Ich habe hier eine richtige Metall-Axt. Mal gucken. Das ist ja eigenartig. Und auch nervig irgendwie. Ich baue jetzt mal die Villager. War das bei der Remastered vielleicht so, dass die ganzen Bauteile einfach direkt in der Villager schon drin oder in den Werkbänken schon drin sind? Ansonsten würde mich sehr irritieren, warum ich das hier nicht sehen kann. Strukturen. Yes, Sir. Alles klar. Hier haben wir alles drin. Foundations und so weiter. Aber es irritiert mich trotzdem, denn ich war der Meinung, man kann sie auch so sehen. Was ist das denn hier? Ein Travel Term. Achso, ich habe noch die RR Home Dekor. Weil ich dachte mir, die Home Dekor, die würde später auch supergut reinpassen in unser modernes Zuhause hier auf dem Raumschiff. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt haben wir hier diese komische Villager-Tablebank. Ist egal, die hat sehr, sehr viele Slots. Das heißt, wir können hier sehr viel Scheiß reinpacken. Und das würde ich auch direkt jetzt mal in Angriff nehmen. Ich packe hier nämlich alles rein, was wir haben. Dann können wir diese doofe Kiste nämlich weghauen, die wir nicht brauchen. Und packen alles einfach in diesen Villager-Table rein. Das ist eine Spitzenidee. Spitzenidee. Abreißen. Tschüss. Und dann holen wir den ganzen anderen Kram von der anderen Kiste auch noch hierher. Und dann haben wir den ganzen Schnulli hier. Dann bauen wir gleich aber noch eins, zwei... Nochmal eins, zwei... Äh, warte. Vier. Noch fünf von den... Also fünf oder zehn. Nee, warte. Vier haben wir in der... Vier haben wir in der Länge. Also acht. Neun. Ich würde sagen, wir bauen noch neun von den Foundations. Neun Stück. Und dann sind wir relativ gut ausgestattet erstmal für die erste Runde. Und dann können wir uns hier so langsam hochbauen und ein paar Sachen hinstellen, wie ein Grinder und diesen ganzen Schnulli, den wir brauchen, um Sachen herzustellen. Wir brauchen auch langsam ein paar Narcos. Denn wir haben ja jetzt hier nicht die Immersive Taming. Das würde ich mir aber noch vorbehalten für später, wenn ich sage, okay, lasst uns vielleicht doch mit der Immersive Taming arbeiten. Jetzt erstmal müssen wir aber klassisch machen, weil auch ein paar neue Tiere dazu gekommen sind, wie zum Beispiel die Mähwings oder wie sie heißen. Und diese werden halt auch mal ganz anders gezähmt, ne. Da gibt es extra noch neue Tools dafür. Und das würde ich dann auch ganz gerne ausprobieren. So. Abreißen. Tschüss. Juhu. Okay. Dann haben wir alles jetzt direkt dort. Ich wollte doch noch Sachen bauen. Mist. Machen wir gleich noch. Ich werde dann auch zeitnah, sobald ich weiß, welche Mods ich hier tatsächlich nutzen möchte, werde ich auch nochmal eine Modelliste fertig machen für Steam, die sich dann auch jeder anschauen kann und nutzen kann. Das mache ich auf jeden Fall noch fertig. Nur jetzt noch nicht, weil ich noch nicht so ganz schlüssig bin, was will ich hier tatsächlich haben. Vielleicht habt ihr auch noch Vorschläge, was ihr so nutzt, was hier noch gut reinpassen würde. Mal gucken. So. Alles hier rein. Zack. Sehr schön. Als erstes baue ich mir, glaube ich, ein Campfire. Das ist eine sehr gute Idee. Kleines Campfire, dass wir ein bisschen Fleisch haben. Ich werde jetzt noch nicht groß mit irgendwelchen Mods arbeiten. Wir machen erstmal die klassische Geschichte und werden uns hier alles hinstellen, was wir brauchen. Deswegen nehme ich auch das Campfire. Ich finde das ganz gut. Machen wir hier hin. Da machen wir ein bisschen Holz. Wir haben ja noch kein Zündpulver. Fleisch kommt da rein. Und dann? Dann? So, jetzt nochmal darüber. Und dann werden wir nochmal ein paar. Neun Stück. Neun Foundations brauchen wir noch. So. Hier werde ich schon mal abholzen. Jetzt habe ich wieder gar keine Fasern. Scheiße. Mist, ich bin schon so voll. Nicht Steine, Fasern. So, schon mal drei. Dann kann ich brauchen noch ein bisschen Stroh rein. Holz. Vier. Fünf. Sechs. Wir brauchen nur noch drei. Was fehlt? Holzfasern. Sieben. Acht. Nein, das kannst du wieder wegstecken. Noch eine. Was fehlt? Holz. Ich glaube, ich gehe mal zu so einem großen Baum. Eine noch und dann müsste es genau passen. Ja. Sieht gut aus. So. Haben wir. Läuft. Neun Foundations. Dann haben wir das Areal einmal abgesteckt. Huch. Äh, ja. So. Und dann gucken wir mal, was wir tatsächlich brauchen. Also. Ich überlege gerade, ob ich aus der Raft-Mod gleich den Grindstone nehme. Aber ich glaube, den können wir nicht bauen, weil wir da brauchen wir Metallbarren für. Das wird, glaube ich, nichts. So. Sehr schön. Okay. Warte mal. Irgendwelche Sachen hatte ich doch hier noch. Irgendwelche Steinpfeiler. Die können wir auch irgendwie hinstellen. Machen wir auch einfach. Als so kleine Raumtrenner oder sowas. Was hatten wir noch? Holzdecken brauche ich jetzt nicht. Nicht, dass ich wüsste. Drei Steinpfeiler. Beautiful. Das ist ja wunderschön. Einfach nur mal so. Wir stellen das einfach mal hin. Huch. Das wollte ich nicht. Wir stellen das einfach mal hin und dann reißen wir es wieder ab. So. Ich gehe noch mal ein bisschen auf Leben. Okay. Also. Wir haben Stauraum. Wir haben ein Lagerfeuer. Wir brauchen. Ich gucke mal. Sicherheitshalber. Wie das mit dem Grindstone aussieht. Ja. Wir sehen. Alles klar. Metallbarren 5. Das ist schwierig. Wir haben gar kein Metall hier. Kriegen wir jetzt Metall her, Leute? Wir brauchen aber ganz, ganz dringend. Das ist wirklich essentiell wichtig. Ein paar Metallgeschichten. Okay. Dann müssen wir gleich mal losdüsen. Das heißt, wir brauchen auch eine Forge. Eine Refining Forge. Was ist das denn hier? Oh Gott. Eher Atlas Forge. Okay. Wie von Atlas sozusagen. Für dich brauche ich kein... Das ist gut. Wir brauchen kein... Aber ich brauche trotzdem Metall. Wir müssen noch mal los. Mal gucken, ob ich die jetzt so bauen kann einfach. Jetzt brauchen wir Stein. 77 Stein. Alles klar. Hol ich. Okay. Not enough inventory space. Geht das schon wieder los? Hier ist ein Metall. Ja, dann kann ich doch den ganzen Schnulli einfach hier rüber ballern und dann ziehen wir uns das, oder? Vielleicht geht das. So. Sehr gut. Dann haben wir schon mal den. Bringt uns zwar nichts, weil wir noch kein Metall haben. Den packe ich mal hier so hin. Oder hier vorne. Ich will nämlich nicht runterfallen, obwohl ich gar nicht runterfallen kann. Der Schöne ist was anderes, ne? Okay. So, wir werden jetzt mal kurz losdüsen. Ruckel. Bewegungsgeschwindigkeit würde ich auch noch mal ganz gut finden. Obwohl ich glaube, das bringt uns gar nichts, weil der Anzug selber ja nicht schneller ist. Wir werden mal da zu dem Loot strahlen. Ich weiß nämlich nicht genau, ob da nicht irgendwie Metall drinne war. Oder ob der neu ist. Haben wir den überhaupt schon gesehen? So, guck mal. Aber irgendwo muss da Metall sein. Wir haben ja vorhin Metall gesehen. Fingen wir raus. Ein Spino. Noch ein Flammenwerfer? Oh. Wrich jetzt Metall her. Was? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich werde mal da hinten noch zu den Lützstrahlen. Da vorne, da, 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 da. Vielleicht ist da irgendwo noch Metall. Aber ich bin trotzdem überladen. Jetzt schon. Wir haben doch vorhin, also in der letzten Folge, oder in der vorletzten, bin wir nicht sicher. Also vorhin bei mir. Hatten wir doch irgendwo Metallspots. Ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, hier ist Metall. Okay, cool. Ja. Gefunden. Gut, dass ich jetzt überladen bin. Aber Dünger müssen wir mitnehmen, oder? Das ist doch wichtig, oder? Wo brauchen wir das nicht? Der hat keine Haltbarkeit, oder? Nee, alles gut. Gut. Schittin. Gasbagsattel. Es gibt hier Gasbags. Wo sollen die denn sein? Drecksattel, super gut. Flammenwerfer nochmal eine Stufe höher. Lehm. Wir können auch aus Lehm bauen. Okay. Ja, ich werde dann jetzt hier mal so ein bisschen Metall abbauen. Hier ist auch Obsidian tatsächlich. Ich glaube, hier machen wir uns mal einen kleinen Hinweis. Und zwar ist das... Was ist denn das hier? Ich weiß nicht. 32. 72 oder so? Manchmal pink. Pink ist voll ätzend. Äh, Metall. Bam. So, und dann bauen wir uns hier mal ein bisschen was ab. Ich hoffe, da kommt was raus. So viel wie geht. Die Steine lasse ich aber fallen, ne? Die Steine müssen weg. Die können wir jetzt nicht gebrauchen. Metalltreppe. Hm. Ist halt total schade. Weil wir mir natürlich mit dieser komischen Spitzhacke hier nichts abbauen können, so wirklich. So. Mehr geht nicht. Ich muss auch wieder nach Hause. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Da irgendwo? Ich muss mir unbedingt einen Punkt machen. Eine Markierung. Ah. So. Haben wir ein bisschen Metall? Nicht viel. Wir brauchen dringend Zündpulver. Das wäre auch nochmal wichtig. Aber vorher, um den Grindstone zu bauen. Und wir können ja erstmal den kleinen Grindstone bauen. Wir müssen ja nicht den großen bauen. Wir müssen eh Narcos machen. Narcos sind auch sehr, sehr wichtig. Da ist auch noch ein Lootstrahl. Da müssen wir auch noch hin. Da vorne. Das sollten wir nutzen. Das bringt schnell alles weg. Ja, okay. Hier ist schon mal gut. Landen. So. Sehr gut. Okay. Also ein bisschen Metall. Das hier kommt auch alles rein. So. Essen haben wir, glaube ich, genug. Wir haben kein Wasser mehr. Wir müssen nochmal runter gleich. Können wir vielleicht auf dem Weg dorthin machen. Halt. Wir müssen hoch. War das nicht hinter dieser Gebirgskette? Ja. Das war der Meter. Okay. Let's go. Yeah. Yeah. So, wo ist er da? Da, 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 da. So, links und rechts immer noch mal gucken, wegen Ressourcen. Also, ich weiß, wo wir definitiv Metall herkriegen, aber wir können ja nicht so viel tragen. Äh, dort, wo wir letztens waren im Zwischenraum, zwischen den beiden Ringen, ne? Da ist natürlich immens viel davon. Aber, wenn wir uns jetzt ein Agi oder sowas zähmen sollten... Können wir mit dem ja nicht dahin. Das ist halt schwierig. So. Ein Zelt. Das will ich nicht. Das schmeiß ich auch weg. Tapejara, Teranodon, Fahrstuhlplattform, Flammenwerfer Bauplan. Na gut, ich nehme es mit. Vielleicht stellen wir uns das einfach hin. Das sieht vielleicht auch gar nicht so verkehrt aus. Hallo. Hallo. Wie viel haben wir eigentlich jetzt schon? Wie viele Hexagons? 2,1, Mensch. Da können wir uns doch ein bisschen was leisten. Servus, Überlebender. Hier ist alles, was ich habe. Hä? Das ist doch... Und wir können sogar, guck mal hier, N-Gram-Punkte kaufen. 20 Stück für 1000 Hexagons können wir 20 N-Gram-Punkte kaufen. Hier haben wir Kryopods. Wir haben alles, was wir brauchen. Hier, Element. Können wir hier alles kaufen. Ist aber auch mega teuer, ne? Sieht nichts gut aus? Nein. So. Okay, dann wieder raus. Und wieder zurück. Ist das ein Gas-Bag? Gas-Bag, da unten? Oder ist das ein Rhino? Doch, das ist ein Gas-Bag. Alles klar. Alles klar. Die durften also auch mit auf die Arche, ja? So, wo muss ich jetzt hin? Dahin? Oder dahin? Dahin, ne? Na los. Auf, auf! Ich versuche jetzt mal irgendwie, ne Bergbank zu bauen. Damit wir ne Metall-Spitzhacke bekommen. Wir brauchen unbedingt ne Metall-Spitzhacke und dann würde ich erst losziehen und noch ein bisschen Metall organisieren. Kompletten leer. Wenn wir komplett leer sind. So. Da ist auch schon wieder ein neuer Lichtstrahl vor uns. Dort. Hier würde ich auch nochmal mitnehmen wollen gleich. ... ... ... ... ... ... Pum. Also langsam geht's, ne, mit dem Anzug. Warte. Das kommt noch schnell weg. Da vorne muss ich nochmal hin. Hilft nicht. Ich brauche diesen Nut. Es geht nicht anders. Und wir brauchen Wasser. Dann können wir gleich mal was trinken hiervon. Oh, ne Flint. Geh die Hose. Laternen. Laternenfall? Was? Stromkabel? Türra? Boah, her damit. Ich liebe diesen Loot hier. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh, ist das cool. Wie Geschenke. Die ganze Zeit Geschenke aufmachen. Haben wir noch einen? Alles weg. Weggeputzt. Na gut. Wasser, 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 Wasser. Wir brauchen dringend Wasser. Geh mal hier zu dem Fluss. Hier ist, glaube ich, relativ okay. So, haben wir. Na gut. So, sehr schön. Da haben wir richtig geile Sachen jetzt. So, ab nach Hause. Jetzt regnet's. Ich brauche Wasser. Und jetzt fängt es an zu regnen. Dein Ernst gerade? Unfassbar. So, jetzt aber. Pass auf. Wir machen jetzt erstmal ja noch schnell, ähm... Ne Werkbank hätte ich gerne. Also, Werkbank. Ich hoffe, dass wir... Die jetzt so bauen können. Ich baue aber die aus der Raft-Mod, ne? Weil die kleiner ist. Ich finde die ein bisschen angenehmer. Oder? Nehme ich diese hier. Eigentlich kann die auch ein bisschen größer sein, ne? Wir brauchen aber Metallbahn fünf Stück. Die brauchen wir auch fünf Stück. Und wir brauchen... Was mache ich denn hier? Warte. Und für die normale brauchen wir, glaube ich, auch fünf. Ja, also macht keinen Unterschied. Ich nehme mal diese hier. Diese Atlas-Geschichte. Finde ich ganz cool. Zündpulver. Wir brauchen noch Zündpulver. Das heißt, ich baue noch einen... Nicht einen Grinder, sondern den Mortar... Mortar & Tassel. Stein und Leder. Kein Problem, glaube ich. Der Grindstone ist mir noch zu teuer. Wir haben schon wieder kein Stein. Ja, hallo. So, dann basteln wir uns ein bisschen Zündpulver. Ähm... Ja, viel mehr geht wohl nicht. Na, dann haben wir aber jetzt noch ein bisschen was. Dann werden wir hier das Zündpulver reinmachen und dort ein bisschen Metall abrutzeln. Go. So. Die Spitzhacke, ne? Da wollte ich nochmal gucken. Ich glaube, die braucht nur zwei Metallbaren. Die brauchen aber fünf Metallbaren für die Werkbank. Ja. Werde ich trotzdem. Jetzt kommt alles. Die brauchen wir später auch noch, wie sicher. Okay. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Also diese Ruckler sind immens geworden, ne? Seit... Seit dem neuen DLC. Ein zufälliger Schibidino. Vier Schibidino und dann kriegt man einen zufälligen Schibidino. Ist das immer schon so gewesen? Frag auch nur für einen Freund jetzt. Eigentlich können wir doch die Dinge aufeinander machen hier, ne? Das wäre so eine Idee. So. Das Gute ist, wir können jetzt hochfliegen und dann bauen. Wir haben das Problem nicht mehr. Wir brauchen keinen Funkel mehr. Wir können das alles alleine. Ich habe doch hier diese dusseligen Dächer. Die würde ich jetzt einmal raufpacken. Drei Stück. Fünf. So. Sehr eigenartiges Gebilde jetzt hier. So, haben wir denn fünf? Fünf Metallbaren haben wir schon mal. Okay. Dann baue ich jetzt eben die Werkbank. Und zwar die Atlas-Werkbank. Weil ich sie irgendwie interessant finde. Wo ist denn die? Jetzt? Rockwell-Chest? Habe ich die nicht eben? Smithy? Ach, die kann ich nur in der RR Home-Smithy bauen. Oh nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Und die kostet auch fünf Metallbargeln. Ja, dann ist das so. Dann bauen wir die erst mal. Ich will aber jetzt die andere Werkbank haben. Das hilft nicht. Ich brauche mal wieder 20 Milliarden Stein. Mann. Dann bauen wir erst mal das Teil. Dann bauen wir die Atlas-Geschichte. Und dann brauchen wir noch Metallbarren für die Pike. Und dann holen wir Metall. Wenn wir denn genug haben. Dann muss ich aber hier trotzdem noch ein bisschen mehr Metall anwerfen. Hilft ja nicht. So, okay. So, dann setze ich jetzt diese Werkbank hier hin. Was ist das alles für ein Kram? Guck mal, die RR Home-Deko hat auch schon wieder richtig viel Zeug dazu bekommen. Die haben wir uns ja lange nicht angeguckt. Oh, hier ein Shopping-Karten. Was? Wen höre ich hier? Ich höre hier so ein Metall-Dings-Viech. Boah, was hier alles drin ist, ne? Neue Gardinen und so. Atlas-Furniture. Ja, ja, die Atlas-Furniture. Ich möchte unbedingt diese Smithy haben, weil ich die echt cool finde. Jetzt will ich die irgendwie doch nicht mehr haben. Eigentlich will ich die gar nicht haben. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, wir entscheiden uns in der nächsten Folge, welche Smithy wir nehmen. Ich kann das gerade nicht entscheiden. Eigentlich passt die Atlas-Furniture hier gar nicht rein. Ich glaube, ich nehme doch die kleine Raft-Mod-Smithy. Aber mal gucken. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.